Ich habe schon oft die Dickmanns probiert auf dem Kanal, die Kleinen, die Großen, sogar Berliner Style und ja, Schaumgussbrötchen und heute mal Topguss, Kokos, die habe ich noch nicht oft gehabt, ich glaube vor ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar, das letzte Mal und ich bin sehr gespannt wie die schmecken und die mithalten können. Los geht's, mach wieder auf. Der Kokos-Clever kommt auf jeden Fall gleich durch. Sehr kokosmäßig. Ich glaube die Creme ist ein bisschen zäher. Nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schön. Ich stehe hier auf jeden Fall. Ich mag die Creme. Und ich mag nicht nur soarren, ich mag nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag den Creme. Versuchen wir mal einen ganzen zu essen. Ich habe einen kleinen Schmuck, einen Schmuck, einen Schmuck, einen Schmuck. Super, super süß. Ja, auch durch die Weißschokolade erscheinen die ein bisschen zuckerer insgesamt. Der Dickmann hat die dunkle Schokolade und das ist ein schöner Kontrast. Nichts besser trotz, ich finde die ganz gut eigentlich. Ich würde den Topguss Kokos 62 Punkte geben. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch fertig essen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr macht das Video. Jetzt kommt mein Auto. Comment, like a dislike, subscribe of course to my channel. See ya!